Spürst du das Buch in dir? Dann stell dir folgende Frage. Möchte ich mir meine eigene Geschichte endlich von der Seele schreiben? Oder will ich vielleicht mein Leben für meine Kinder und Enkel aufzeichnen, damit es nicht vergessen wird? Wir alle sind Geschichtenerzähler. In jedem von uns tut sich ein unglaublicher Kosmos auf. Ich erzähle dir von der Pike bis zum Ende alles das, was du tun kannst. Schreib über das, was du erlebst und was du siehst. Fang an. Du musst nur an dich glauben. Mein Name ist Gaby Hauptmann und ich begrüße dich bei Meet Your Master.